Let's play Destiny Da gab's wohl wieder einen kleinen Bungee-Fehler Uh, ein besseres Sniper Und dann haben wir ja das Impulsgewerbe bekommen Nehmen wir auf jeden Fall Und hier, ne, die sind stärker Und du? Du bist nicht stärker Und du? Du bist auch nicht stärker Hm, du bist stärker So Okay, dann hätte ich gesagt, fliegen wir mal kurz zur Erde Ja, ja, Freunde, ja, ja So ist das manchmal Da muss man wohl ab und zu zur Erde fliegen Geht nicht anders Und wir warten und wir warten und wir warten wieder mal La 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 Hm, na kaum Da ist schon mal einer gestorben beim Laden Ja, also geht doch Ah, ich sehe ein Licht Oh mein Gott, ein Licht Ein Licht Entschuldigt, Freunde So Ähm, ja, jetzt müssen wir eigentlich gleich aus dem Äh, Wurmloch Ich denke Wurmloch Äh, rauskommen Und dann müssten wir es geschafft haben Hm Ja, und da ist die gute Erde Mutter Erde Hm Uh, und wir haben ein Paket geschickt bekommen Gucken wir doch gleich mal Was haben wir da gekriegt Ja Ach, ein Beutezug Wir sehen uns morgen Ja, gut Hm, Prämie abholen Ah, ich kriege wieder eine Prämie Oh Mann, es ist ganz schön viel los jetzt Ah Okay Oh, die haben abgeschlossen Cool Und Level 6 Sehr geil Was haben wir Neues bekommen? Hm Sehr geil Ja, das nehmen wir doch gerne mit So, dann gehen wir jetzt erstmal zum Sprecher Und holen unsere Prämie Schrägstrich Belohnung ab Die wollen wir natürlich haben Los, Geppir Das ist meins Hm Los, ich will's haben Alter Mach mal schneller, Inferno Ja, ist ja gut Mann, Mann, Mann Keine Zeit haben die Leute heutzutage mehr Gerade an Weihnachten Denkt, sollte man eigentlich denken Dass der Stress vorbei ist Aber nein Ja Super Ah Okay Das heißt, wir kriegen wieder Ausrüstung Das heißt, wir müssen jetzt wieder nach vorne laufen Tschu Nein, ich komm nicht zurück Nein Ah, verdammt Hallo Sind aber freundlich heute Ja, sonst heißt es ja immer Hallo Warlock Und Jump Hm So, dann holen wir unsere Prämien ab Und wenn wir nicht gestorben sind Dann holen wir die Prämien noch heute Ja, das ist schön, finde ich Eine gute Zeit für einen Besuch Hm 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 Die nehme ich mit Hm 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 Ja Das hatte ich vor So, zack Jawohl Und Rocket Launcher Und Ja, das kann ich eigentlich Kaputt machen So Und dich mach ich auch kaputt Und du Und dich mach ich auch kaputt Ah, alles kaputt machen Ah So Brauchen wir alles nicht mehr Nein Wir haben viel besseres Zeug jetzt Obwohl 37er Automatiker wären Na, das behalte ich mal So Okay, wir haben alles erledigt Und können zum Orbit Und können uns auch gleich Zur nächsten Mission begeben Mal gucken, was uns dieses Mal Schönes Oder nicht so schönes Auf dem Mond Erwartet Ja Es wird mystisch Liebe Freunde So Mond Ähm Patrouille Moment Die haben wir abgeschlossen Level 7 Story Das Weltengrab Ja Auf jeden Fall Hau rein Zack Jetzt fliegen wir wieder zum Mond Und haben extrem lange Ladezeiten Juhu, juhu, juhu Aber egal Die Ladezeiten lohnen sich Oh ja Voll geil Yeah Inferno Ihr wisst es Ihr wisst Bescheid Ja Oh Inneren des Mondes Oh 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 nein Wir müssen da runter Und stehlen, was wir können Auf jeden Fall Ja, mein wahnsinnig Schlechter Humor So schaut's aus, Freunde Du, 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 du Okay Das Weltengrab Befindet sich tief in ihrer Festung Ja Mhm Gibt es dort einen alten Retter Der es beschützt Echt Ich kann uns hinführen Aber wir müssen ihn bekämpfen Um das Grab zu finden Oh ja Okay Begib dich in die Scharfestung Das machen wir doch auch gleich Tschu Hm Hallo Sieht aus eher wie eine Pumpgun Ey Ey Was geht denn ab mit dir Lass mich in Ruhe Hm Ah ja Oh An die Mission kann ich mich gar nicht mehr erinnern Hm Das wird doch ein bisschen länger her Ich sollte echt mal öfter die täglichen Story Missionen zocken Und meine Nase Ach Gott Jedes Mal beim Let's Play Ich weiß es nicht Nein, Leute Es ist wirklich kein Kein Running Gag von mir Ihr habt es auch in dem Ähm Na sagt es mir In dem Unboxing gesehen Dass ich mir manchmal die Nase reibe Das ist immer irgendwie nur bei der Aufnahme Sonst nicht Aber bei der Aufnahme immer Immer liebe Freunde Oh Ui So Zack Oh Hier Friss Oh 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 Wo schießt denn du her, du kleiner Penner Komm mal her zu Papa Zack Und weg Und ein Ritterchen Oh Ich weiß es, wenn die ihre Schilder hochfahren Alter Was geht denn nur ab Oh Hilfe Na Na Ach Komm schon Dämlicher Ritter Na also Na Ihr Kleine Lutzes Au So Wow 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 Alter Bleib mal cool Ey Achso Ich hab noch gar keine schwere Munition Verdammt Ah Hilfe Na Granate gefällig Ja Sehr schön Zack Okay Wo ist das Hexilein Ich mag dich nicht Hexe Deswegen muss ich dich jetzt töten Ja Ah Alter Hm Na Jawoll So muss das laufen Freunde Au 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 Verdammt So Dann gehen wir hier runter Da warten wir schon die nächsten Und noch ein Ritter Juhu Wie ich Ritter mag Oh Blicke ich da oben einen Kreischer Liebe Freunde Ja Ich glaub das ist ein Kreischer Ja Okay Ich mag keine Kreischer Au Verdammt Geh weg Nein Hau ab Ui 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 Was geht hier nur ab Freunde Zack 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 Bam Oh ja Schön weggerotzt Zack Oh ich mach ja auch noch kaputt Zack Oh alter Leute Okay Noch einer Alter Na Wer will nochmal Wer hat noch nicht So Kreischer Du bist als nächstes dran Ach verdammt Wow Scheiß Hexe Verdammt Wow Oh yeah Schöner Schuss Ich weiß Eigenlob stinkt Aber Los Kreischer Jawohl 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 Alter Wie viel hält denn das Ding aus Boah Oh shit Okay Ganz cool bleiben Verdammt Oh Mist Na komm schon Jawohl Sesam öffne dich Und ich mach fast keinen Schaden Ich glaub ich werd verrückt Von was zur Hölle wird denn das Ding beschützt bitte Zack Machen wir erstmal die Hexe weg Weil die nervt Jawohl Und weg ist sie Zack Na Oh 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 Gott Hilfe Mama Na komm mach auf Zack Ah Ah Ja genau Schön Wuhu Alter Wie geil So Hier bleibt auf jeden Fall kein Auge trocken Wow Alter Fuck Mann 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 Oh Gott sei Dank Okay Hätten wir das auch erledigt Eieieiei liebe Freunde Was geht hier nur ab Okay weiter Der Ritter ist in der Nähe Er ist mächtig und nicht alleine Oh oh Aber dieser Ritter hat den Schlüssel zum Grab Wir müssen ihn töten Hm Das macht Was Wieso muss ich wieder hoch Hä Oh Ach verdammt Das gehört auf jeden Fall zum Strike dazu Also dieses Areal Nicht der Ritter an sich Und wieder eine dumme Hexe Ich hasse diese Dinger Echt Das sind meine Hassfeinde Nummer 1 Oh das gibt's doch nicht Oh Alter Yes Noch ein Schiff Wollt ihr mich eigentlich verarschen Komm her You fool Oh oh Bitte nicht noch mehr so Hexe Oh Gott Ein Ritter Ja gut Die gehen wenigstens noch Die fliegen nicht rum Und machen Ärger Und gehen einen total auf den Zeiger Wow Fuck man So Jetzt bloß aufpassen und nicht vom Ritter wegfetzen Lassen Zack 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 Yes Oh yeah Freunde Oh yeah Hallo Na toll Da komme ich ja zur richtigen Zeit Au Verdammt Nein Nicht sterben Ah Mist Dämliche Hexe Komm her Ich zeig's dir Akkulüte Du willst auch was sagen hier Hast du auch schon was zu melden Ja Okay Ähm Oh oh Noch mehr Akkulüten Lalalalalala Oh fuck Oh oh Dämliche Hexe Ah Stirb endlich Zack Und Granate nach vorne Komm Nein Daneben Ah Wenigstens geblendet haben wir sie Jawoll Und weg ist sie Oh So Okay Haben wir Nein wir haben keine schwere Munition mehr Aber egal Den Ritter sollten wir auch so platt kriegen So Oh verdammt Na Komm her Zack Und tschüss Und Und Oh verdammt Yes Oh komm her Ah Volltreffer Okay Jetzt ein Mann gegen Mann Kampf Oder Mann gegen I Juhu Juhu Wir haben es geschafft Freunde Das ist der Schlüssel zum Grab Uh Ich weiß wo wir hin müssen Hm Ich hab ein ganz ungutes Gefühl Liebe Freunde Oh je Nein Geh weg Das sollte uns direkt zum Grab führen Das ist aber schön Nicht zu unserem Du weißt was ich meine Haha Geist du bist so witzig Oh man Ach du Ach du Ach Geh weg Okay Zum Glück bleiben die an einer gewissen Stelle einfach stehen Finde ich sehr gut Sonst hätten wir echt ein kleines Problem Freunde Oh je Und er zaubert wieder sein Schild her Und die kleinen Mistratten kommen wieder Okay Haben wir erledigt Oh oh Ah verdammt Uh Zack Und weg Uh Alter Ist ja gut Oh man Zack Yes Und tschüss So muss das laufen Freunde Oh Oh nö Ach du Guter Ich hab irgendwie das Gefühl Das reicht aber noch nicht Oh 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 Das war's noch lange nicht Hab ich irgendwie das Gefühl Ah je Und gleich zwei Ritter Na super Ich bin erst mal weg Oh 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 ne Tool Verdammt Den nehm ich mit So Okay Ja dann gehen wir auf Sniper Und Mal schauen ob wir snipen können Ach komm Genau in dem Moment muss er seinen blöden Schild zaubern hier Ja ja Und du Mörser ist hier rum So Kleiner Mistsack Und da war doch noch einer irgendwo Auch du wirst dran glauben mein Freund Bäm What Noch einer Ja Ja Geist Schnapp dir die Daten Ja ist ja gut Ich weiß zumindest dass die aus diesem blöden Ähm Ding da raus Keimen Hehehe Zack Oh diese Explosionsviecher Ich hasse sie So Weg Weg Okay Akkulüt Weg Weg Oh oh Und Hexen Oh nö Okay Konzentration Oh nö Oh bitte Oh Freunde Oh Blöde Hexe Oh shit Ja ich muss weg Sonst geh ich drauf Ah Hilfe Ah verdammt Und ich werfe auch noch daneben Ah Ja 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 Ich mag dich Hexe So und jetzt Bitte geh weg Hau ab Ich mag dich nicht Oh Gott verdammt Los Stirb endlich Yes Uh Ah ich glaub das war's noch nicht Naja ist klar Oh 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 Gerade diese Oh fuck Na komm schon Oh nee Die dürfen nicht zu nahe kommen Sonst bin ich Hackfleisch Oh 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 Okay Das haben wir sauber gelöst Boah Boah ist das knapp Freunde Oh mein Gott Wie viel Glück hatten wir gerade bitte Oh geht's hier ab Boah Nein Nein Aber das war's immer noch nicht Ich weiß es einfach Dass da noch mehr kommen Oh nö Noch ein Ritter Oh Fick dich Oh nö Oh scheiße Nein Jetzt nicht sterben Nicht kurz vorm Ende Oh Gott Nein Nein Okay jetzt zaubert er erstmal hier sein Schild Oh 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 Stirb endlich So Okay Und jetzt bist du dran Oh Mann Oh Weia Das läuft gerade nicht so gut für uns Oh nö Jetzt reicht's Penner Jawohl Freunde wir haben's geschafft Puh Was für eine Wahnsinnige Action Was haben wir freigeschalten Impulsgranate Gucken wir mal wie die aussieht Cool Hm Extrem geil Wow Was für ein Kampf Was für eine Action Das ist ja der absolute Wahnsinn Freunde Boah 92 Kills Und kein einziges Mal gestorben Bam Und ist der gut Naja Ist okay Aber liebe Freunde Das war eine actionreiche Folge Ich sag wie immer Vielen lieben Dank fürs zugucken Ich hoffe ihr hattet viel Spaß Ja und ansonsten Bleibt sauber Und haut Ryan Amen Ruhig Ja und Leah